Wir sind gerade im Hofbräuhaus und ich versuche gerade, was Cooles zu essen. Was haben wir denn bestellt? Es gibt einmal dickes Bier und einmal Cola. Ein Bier? Ja. Aber du musst noch aufgefahren. Ja, es ist gerade... Es ist zwei Papiergel aufgefahren. Ja, zwei. Ja, ich habe Cola Light. Und man muss aufstehen. Komm, wir stehen. Komm, wir stehen. Alle stehen auf. So, der George hat gesagt, er erzählt mir jetzt seinen lustigen Spielplatz, den er kennt. Elefant zum Mann am FKK-Strand. Wie wirst du denn satt? Wie wirst du denn satt? Wie wirst du denn sein? Oh. Oh. OK. Es soll lange pas sein. Es soll aber jetzt geben. Danke, danke, danke! Christoph! Oh, this is your crazy mother! Yo, Polkas Cruels! Wir kommen gerade vom Hofbräuhaus aus Las Vegas und haben das Spiel Deutschland gegen Italien geguckt. In Your Face Italy, wir haben gewonnen. Yay! Dann mussten wir schon zum vierten Mal in zwei Tagen das Hotelzimmer wechseln. Beziehungsweise, das war uns jetzt auch zu blöd, jetzt haben wir auch das ganze Hotel gewechselt. Und jetzt müssen wir uns gerade ein bisschen beeilen. Wir sind nämlich gerade am Rio angekommen und spielen heute das Crazy 8 Turnier. Ich muss mal kurz gucken, ich werde sonst überfahren. Wir spielen jetzt das Crazy 8 Turnier. Bei der WSOP. Wünscht mir Glück. Die Struktur ist halt nicht ganz so geil. Das ist eigentlich ein Turbo Turnier. Aber, oh, Warte Auto. Okay. Läuft. Ja, wie gesagt, die Struktur ist nicht so gut. Es ist ein Turbo Turnier. Aber, das hält uns natürlich nicht vom Gewinnen ab. Freunde. Der gepflegten Abendunterhaltung. Ja. Ähm. Was kann ich euch denn noch erzählen? Gestern waren wir im Mendeley Bay. Haben was gegessen. Ich hab was Poker gespielt. Und, ja. Es ist jetzt wieder so unglaublich heiß. So, jetzt schaut mal. So, jetzt sind wir auch schon quasi da. Ich lauf gerade die ganze Zeit über den Parkplatz. Vorne läuft der Christoph. Da. Und, jetzt sind wir auch schon gleich am Main Entrance von der WSOP. 2016. So, ich geh mal was schneller. So. Mr. Crazy Sheep. Was machst du jetzt? Pokerspielen, Mann. Turnier? Turnier. Und? Crazy Heids. So. Wer gewinnt? Du oder ich? Ja, du gewinnst. So. Unglaublich, es ist so warm. Ja. Was heißt unglaublich? Ich meine, wir sind in der Wüste. Treppe hoch. Und, da sind wir. Willkommen in der World Series of Poker. Hallo, es wird zu kalt. Ich muss jetzt ausmachen, weil da drin krieg ich immer Ärger, wenn ich filme. So, jetzt bin ich aus dem Turnier rausgeflogen. Das war nicht so das schöne Turnier, das war sehr, ja, die Struktur war schon echt irgendwie doof. Ähm, ja, ich war dann irgendwann mit King, Queen off und mit meinen letzten 10 BB All-In und gegen Fünfer. kam nichts mehr. Tür Poker Squirrel. Ja, und jetzt, ähm, Sheep ist auch raus. Mr. Crazy Sheep. Ja. Was ist passiert bei dir in dem unfassbar deep strukturierten Turnier, wo du deine volle Edge nutzen konntest? Ich bin einfach geschockt, dass ich die da verlieren konnte. Äh, das Board ist 8, 9, 10, 10. Ich hab Bube 10 in Herz, 8 und 9 sind in Herz. Das heißt, ich hab Trips plus Open Ended Strait Flush Draw. Aber ich hab verloren. Der Gegner hat einfach König 10 und dann war Ende. Manchmal verspeist man den Bären, manchmal wird man vom Bären verspeist, sag ich das. Ja, würd ich auch so sagen. Heute, äh, sind wir alle verspeist worden. Unmöglich zu verlieren, das ganze Board war mir. Ich bin heute, äh, auch verspeist worden. Ja. Aber nicht vom Bären, sondern von der Tournament Clock. Von der Struktur bin ich verspeist worden. So, jetzt geht es entweder was essen. Oder? Ja. Oder ins Win Cash Game Spiel. Ja, oder beides. Oder beides. Ja. Schmeißen wir jetzt eine Münze, oder was? Ne. Wir entscheiden einfach. Wir entscheiden einfach. Das weißt du ja, wie einfach ich mich entscheide. Ja. Ja. Wir gehen essen. Nein, das war du. Das war du? Hä, du hast immer Hunger. Ne, ich sag ja, wir gehen essen. Das war meine. Ach so. Komischer Typ. Ich hab denke. Das war eines na Moments. Luisajapptur reporters. protective SOFINBoi. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's in der Baiehandlung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hang auf.